Willkommen zurück bei Minecraft Folge 132 Ich weiß immer noch nicht, was ich eben machen wollte, aber ich wollte irgendwas machen Aber was wollte ich machen? Niemand weiß es Außer ich hätte einfach eben die letzte Folge geguckt, was ich gesagt habe Aber das habe ich nicht gemacht Ähm Ähm Ja, friss erst mal aus, als Was? Mir gesprochen Was mache ich denn jetzt? Wie, was machst du jetzt? Ich weiß, du musst War die Frage Was mache ich jetzt? Ne, und was habe ich gesagt, was ich machen wollte? So, die Niederraten sind auch Du wolltest wahrscheinlich die Schafe einfärben, aber Nein, so richtig war es nicht Bitte Also echt schön jetzt hier oben aus dieser Raum Also ich halte mich jetzt hier gerne auf Aber hier fehlen noch ein Bild an der Wand Ja, die Bilder fehlen immer Die Bilder sind wichtig Ach, ich hänge hier noch zwei Bilder hin Ja, dann können wir mal an Lonen fahren gehen Also deswegen wie so ein Lonen-Spawner Ja, die müssen dann irgendwie einbauen Nur, dass wir da nicht rausfliegen und so Konstruieren Die haben zwar mit Pistons, dass die dann glaube ich nicht spawnen können So, nein, wir können auch einfach nur den Raum einbauen und uns einfach da reinstellen Achso, dann mal oben machen wir so eine Schießscharte Aus der wir damit Ja, für den Anfang können wir auch einfach uns nebendran stellen Das reicht vollkommen aus Ich möchte das aber professionell aufziehen Ja, aber das ist schwierig da zu bauen, während die da spawnen Deswegen wäre vielleicht ein Feuerwehrkrank Ja, aber erst dann blocken wir den spawnern, den wir in einmauern Ich weiß nicht, ob das geht Dann können wir in Ruhe da einen riesen Kasten drum bauen Ich weiß nicht, ob das geht Natürlich Ich weiß es doch nicht Ich weiß es doch nicht Dann kann der nicht geboren werden Aber ich weiß es nicht Was weißt du jetzt von mir? Ich weiß es doch nicht, genau, aber hier Was soll das? Jetzt habe ich vergessen, was ich holen wollte Ich habe mich verurte Ja, irgendwie sind es vergesslich geworden Ach, ich wollte Bilder machen Stimmt, ich erinnere mich da aus Ja, du weißt mir nie zu Was? Ich schmeiß noch ein bisschen Fleisch nach oben Welche billigen Tricks falle ich schon lange nicht mehr rein Überlegen Tricks? Was? So Ich weiß echt nicht, aber ich wollte das ist echt krass Farfe einfärben Nein, das wollte ich nicht Aber ich würde es, dass du es machst Welche Farbe willst du da haben? Ja, alle Alle Farben Ne, das müssen wir so viel einsortieren Das ist besser Was? Das müssen wir so viel einsortieren Das ist vielleicht doch nicht so sinnvoll Ähm Wieso Wolle ist Wolle? Ja, wenn wir aber dann einräumen Ja, und du klickst auch eh nur Schiff Ich lass ein klein Häufchen dann da machen Und dann ist ein Häufchen voll und dann Kiste zu klein und dann muss man das Lager anbauen Und das merkst du nicht was das auslösen kann Ich mach einfach mal von einem zwei Wir brauchen irgendeine dezente Farbe oben fürs braun Das braun, was? Ja, der weiße Teppich... Ach fürs braun Ich hab grad für... Für... Für braun halt Oder? Ein bisschen so ein... So ein grau oder so Irgendwelche Braubilder? Ist der zu passen? Nein Nee Gibt's denn für Farben? Weiß, Rot, Tintenbeutel geht auch, ne? Ist schwarz, glaub ich Ja Gibt's noch? Und weiß und schwarz gibt Grau 1 Und Grau 1 und... Grau 2 Boah, wie geht das? Dafür brauchen wir Knochenmehl, ne? Jupp Sollte kein Problem sein Die Tinten sehr gesehen, ja? Das Problem Ja Äh, wie kann man das denn jetzt machen? Brauer Farbstoff Ah, okay, ah, guck mal hier Hellgrauer Farbstoff Der Dekoholz Bilderrahmen sind Dekoholz, würd ich sagen Wie, wie macht man blau? Was macht man blau? Oh, Lapis Oh, das ist ein Gewissenskonflikt Was besteht aus mehr Holz als Wolle? Also es ist eher ein Holzkoduck Ich würd sagen, das ist ein Dekoholz Aber eindeutig Aber eindeutig Ja Ne, 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 ne Da gibt's immer einen gewissen Bereich Wo ist denn Lapis? Ach, Lapis ist oben Lapis ist blau, ne? Also Lapis sagt für blau Ja Okay Gibt's sonst glaub ich gar nichts Minecraft-mäßig blaues Keine Ahnung Sonst noch blau in diesem Spiel Einmal wild durchfärben bei den Schafen Gibt's hellblau? Oh, es gibt hellblau Gibt's da ganz hellblau? Das schreckt mich tierisch ab Ja Ja Du musst Ich mach jetzt hier mal ein bisschen Holz Ich schneide jetzt hier mal ein bisschen Holz an die Wand Oh, gucken wir Da ist das sogar türkis Wie viele Farben gibt's? Weißt du das? Boah Sauviele Also man denkt es gar nicht So viele sind es Also magst du nicht für mich nachgucken? Ich hab jetzt neun Warte, ich guck mal nach Aber ich lass mal das braunfenster noch offen Ähm Das ist noch orange Gibt's sauviele Farben Es gibt ja noch diese rosa Kacke und so Hauptstoff Ach du liebe Zeit Willst du es wirklich wissen? Du wolltest euch die scharfe Färbe Gaktusgrün gibt's übrigens auch Ja das hab ich schon Gaktusgrün habe ich gedacht 15 15 Ah ne 16 Es gibt schwarz, rot, grün, braun Warte mal schwarz Schwarz Blau Violett Rot, grün Blau Braun haben wir nicht Violett Aus rot und blau Türkis Aus blau und grün Hellgrau Ja 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 Rot Ja Aus zum Beispiel Tulpen Hab ich Oder rot und weiß Hellgrün Hellgrün mit Knochenweh wahrscheinlich Ja Jupp Gelb Aus Blumen, Löwenzahn oder Sonnenblumen Ja hab ich Ja Hellblau Ja hab ich Magenta Magenta Aus Flieder oder Sternlauch Was Aus Flieder Das ist diese Pflanze, diese schöne Oder alternativ aus Violett und Rosa Oder aus Lapislazuli Rot und Rosa Oder aus Lapislazuli Knochenweh und Rot Das ist gelogen Das steht hier aber so Das ist gelogen Das war gelogen Das steht hier aber so Zweimal Rot Wann Zweimal Rot? Ja Knochenweh und Lapis 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 Das ist Magenta, okay Orange? Ich hab ja kein Rot mehr Orange hab ich Weiß Hab ich auch Erklärt sich von selbst Brauchen wir nicht So und was So viel Schafe haben wir gar nicht Dann brauchen wir noch 15 Schafe, komm Wir haben von allem zu viel Schon immer gehabt Ja ich hab jetzt von allem zwei Farbstoff Achso Und damit man die Schafe unter deiner noch reproduzieren kann Ja Das halte ich für nie sinnig 3 Hellgorn Farbstoff Wegen einer leeren Kiste für Farbstoff Ich weiß nicht ob wir rosa brauchen Ja okay ich mach von jeder Farbe eins Okay das reicht nicht Nee lass einfach rosa Magenta weg Ja das ist jetzt zu spät ist durch die Farbe produziert Ja aber ich will also was willst du mit rosa Also von jedem jetzt eins oder von jedem zwei Von jedem eins oder von jedem zwei Von jedem eins oder von jedem zwei Das ist ein R2 musst du schon machen was ist denn das gibt es dann einen Wollblock pro Ernte Ja eben Ja Ja wenn wir ehrlich sind wenn wir jetzt sagen wir brauchen das und das dann So umfärben Na komm ich hau mal einfach ein bisschen bunt rein Na unser Trepperhaus schön Naja Warum hängen die Schafe eigentlich alle da hinten in der Ecke Na wir haben eine panische Angst davor von dir Na wir haben eine panische Angst davor von dir Ein Panisch zu werden sag ich mal Komm ich mit den Gummihandschuhen Oh Gott Die armen Tiere Ich freu mich drauf Boah das macht so viel aus dass das jetzt also es geht auch in hübsch Schafe Liebe 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 Was ist denn noch Crafting-Holz außer diese beschissenen Stöcke, ganz ehrlich jetzt? Da bleibt doch nichts über! Ok, also hab ich recht. Ich muss mich grad verdammt konzentrieren hier. Können wir einfach Stöcke reinschreiben? Nein, das ist ein Crafting-Holz, verdammt! Kack-System! Das System ist super! Oh Gott, der stinkt da dran, ey. Und das ist ihm egal! Wir haben jetzt Alcunter-Buntes-Abi hier. Das war auch nicht so nett. Jetzt findet ihr der Farbe 2. Ja? Ja, ist toll. Da waren wir drei jetzt. Was sind die Übrigens und jetzt Weiß? Übrigens und Weiße. Viele bunte Farben. Viele bunte Farben. Achso. Product placement. Product placement. My god. Sehr gut. Habe dir ja tolle Arbeit geleistet. Sehr gut, SB. Hast du gut gemacht. So eine komische Person. Um nicht zu sagen eklig. Na dann sag's nicht. Hast du gut gemacht, SB. Dann brauchen wir noch ein Bilderraben. Dann muss ich die Farbstoffe drunter beschriften. Irgendwo noch eine Kiste über? Ja, aber nicht. Mach jetzt erstmal das, was mich schon seit Monaten auffällt. Bilderraben brauche ich so. Viele bunte Farben. Ist das falsch? Ja, ist das falsch. Joop. Ähm, so. Extra für die Magenta. Nei Farbstoff. Yippee. Amp. Ampupu. So. Der Gesäsebacke. Ah, du machst das da unten. Wuhu. 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 Ach komm, ich ernte grad mal die Schafe durch. Einfach weil's jetzt bunt ist. Oh ja, mach das mal. Und du statt nem, äh, Feuerzeug... Sohle die mal durch. Äh, ernst die mal durch. Was? Und seitdem du aus dem Feuer, hast du gesehen, statt nem Feuerzeug ne Schere gemacht hast. Ich weiß das nicht, oder? Da sagst du sowas von. Ne, das müssen wir erstmal nachweisen. War das nicht? Wir haben nur keinen Kackbraun jetzt, ne? Kann das nur sogar nachweisen. Was? Kackbraun? Kackbraun haben wir nicht, weil wir keine Kakaobohnen haben. Ich... Möglich prinzipiell, ja. Ja. Da hat er recht. Da hat er recht. Wenn er recht hat, hat er recht, ne? Jo. Kann man so sagen. So. So. Ich glaub genug durchgejudelt hier. Das ist, glaub ich, echt ingorrekt. Durchjudeln? Ja, vor allem Schafe. So, das nehm ich noch mit. Und du darfst auch mal machen. So, jetzt haben wir viele bunte Rollen. Piepie, ist ja großartig. War ganz wichtig. Warum auch immer ich das jetzt gemacht habe, ich weiß es gar nicht. Oh, ob so, was wir haben, das haben wir. Hm, weiß, hellgrau. Grau, schwarz. Gelb. Orange. Rot. Rot. Magenta. Violett. Turquise. So. Viele Wolle. Jut. In dieser Gang hier. Ja. Kann man jetzt auch mal ansehen. Fortschritt. Hier drüben sind noch nicht besser, aber das sieht schon mal super aus. Ja, das sieht man ja zumindest immer. Man darf nur nicht durch die Tür gehen. Ja. Ja, das ist wohl wahr, aber ich mein, das ist das, was man sofort immer sieht, wenn man hier entlangläuft. Und das ist furchtbar. Ja, wie der hoher Besuch kommt. Du kannst mal in die Wollekiste gucken. Ja, oh ja, ich freue mich. Aber die wird, die wird, die ist gleich voll. Krass. Ist gleich voll, ja. Ja, das ist, äh... Kannst da bunte Teppich hier machen. Ja genau, also wir können uns jetzt oben eine Farbe aussuchen. Und wir müssen jetzt nicht mehr bei der bleiben, die wir haben. Oh, d. Federer, Federer. Mal, 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 mal. Welchen Block? Vergesst du? Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. Achso, diese, geil. Ganz schön viel, bei der, mal, 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 mal. Ja, ich lauf jetzt nicht hoch, um zu gucken, was es ist, und dann hab ich mit diesem Material noch holen. Also, deswegen lass ich es einfach so. Ja, die Folge ist zu Ende. Einen Haufen. Also falsch oder einfach nicht gesetzt? Nicht gesetzt, ja. Ich habe da oben nur die eine Reihe gesetzt, die man sieht. Ach so. Hier unten ist ein Forum von unserem Schlafzimmer, nicht nur. Ach so, nee, da. Ach so. Ja. So, und während der Rede gesetzt, ist die Folge auch schon wieder vorbei. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Das ist doch wunderschön so. Auf bald. Tschüss, bis morgen. Ach so, nee. Tschüss. 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 Vielen Dank.